Mooonn Freunde, Herzen Willkommen zur neuen Challenge Heute, okay, müssen wir am schnellsten, also von den Atzen, die in der Challenge mitmachen Also, was? Die Challenge ist es, als erstes einen Eisengolem zu bauen, so schnell wie es geht Und der erste, der einen Golem gebaut hat, hat Und Jonas saucht, der weg Der hat gewonnen Und wir schnacken nicht lang, das ist die Challenge Und ja, wir fangen an mit dem ersten Try Okay, Freunde, wir fangen an Erster Try Ich habe eine Strat, okay, wie eigentlich in jeder Challenge Jetzt geht es einfach darum, so schnell wie geht, einen Eisengolem zu haben Und ich habe eine Strat, aber ich weiß nicht Ne, ich dachte, meine Strat geht auf Okay, meine Strat war eigentlich Einen Ozean zu suchen und dann über Schiffe das Eis heranzuholen Weil man sich erstens des Schmelzens spart Plus nichts eigentlich, ne, nur das Schmelzen Aber wie wir sehen, hier ist kein Ozean Deswegen habe ich eine andere Strat Und zwar, wir fahren einfach Eisen Wir fahren einfach Eisen, das wird wild Und ja, das machen wir jetzt Wir suchen jetzt eine Höhle und dann fahren wir Eisen Und dann brauchen wir noch einen Kürbis Und dann ist ganz wild Wait, das kann retog lange dauern, ne? Wir gehen jetzt mal hier in die Höhle Aber Eisen alleine bringt uns ja gar nichts Oh mein Gott, ist hier viel Äh, ne, wir brauchen ja noch einen Kürbis Mit 38 Eisen, richtig? Bitte habe ich mir nicht verrechnet Oha, einfach mein Chef, was ist das denn? Okay, wir machen jetzt den Risky-Hasen Wir machen jetzt hier Öfen hin Braten hier schon mal Die 17 Stück, die wir haben Suchen währenddessen noch mehr Eisen Dann haben wir 38 Stück, hoffentlich Und dann reicht es Dann brauchen wir nur noch einen Kürbis Und dann haben wir es geschafft Ah! Stopp! Warum ist denn hier so viel Action schon wieder? Was wollt ihr denn von mir? Junge, pass auf Kurz Kamikaze Junge, es hat besser funktioniert, als ich dachte Ey, auf einmal Armee Junge Lass mich doch zu meinen Öfen Warte, ich trich's jetzt aus Das wird ein Arkt Oh nein Alles easy Wir haben's geschafft Ja, jetzt braten wir das hier noch durch Dann haben wir genug Eisen Währenddessen bauen wir uns hoch Und dann, äh, suchen wir einen Kürbis Junge Aber, okay, aber ich glaube Es wird knapp Weil ich glaube, andere Arten haben schon einen Kürbis Meinen die zumindest Äh, mal gucken Wollt ihr mich verarschen? Da steht er einfach Warte Wie lange hat's gedauert? 8 Minuten 51 Zweiter Try Okay, direkt zweiter Try Äh, die Arten sind hier drauf Und jetzt hat man hier Ich weiß nicht Hm, da wäre auch das erste Sahne geschürzt Es ist ein Ozean da Ah, mal gucken, was die Strat ist Freunde Es geht los Der Run startet Ich werde eventuell auf den Ozean gehen Weil, ich glaube, es lohnt sich Der Ozean ist richtig gut, glaube Also, Reetor Ich glaube, da kriegt man richtig schnell Viel Eisen Deswegen gehe ich jetzt Auf den Ozean Hm, hm Freunde Ich laufe gerade Richtung Ozean Geht auch unbedingt zum Ozean Der ist richtig gut Oh Mann Da findet ihr bestimmt ganz viel Eisen Warum bin ich eigentlich so kacke Und so unlustig Ne, äh Wir gehen nicht auf den Ozean Ich habe keinen Bock Ich glaube, es ist richtig scheiße da Hahaha Man braucht ja eigentlich schon viel Eisen Deswegen, ich laufe hier lang Und ich suche eine Cave Und am besten finde ich einen Kürbis Okay Jetzt, äh Nur noch Eisen fahren Und dann Sieht's gut aus Ja, wir brauchen nur noch eine Höhle Let's go Ach, du Scheiße Alles gut Alles gut Wir fahren Eisen Es wird nichts passieren hier Wir fahren einfach ganz chillig unser Eisen Hehe Okay Wir haben richtig viel Eisen Retalk Oh, David ist hier kurz mal Kurz mal gestorben Äh Ich glaube, wir haben sogar schon genug Ich weiß gar nicht Wollen wir hier nochmal was rein Hier passt Hier kann der nächste Nächste Bub, Bub Machen wir jetzt schon mal eine Schere Äh Machen wir schon mal ihn hier Den brauchen wir nämlich Zack Dann können wir schon mal Wir können ihn schon mal aufbauen Wir machen hier nur mal genug Platz Ich glaube, wir können ihn schon bauen Bub, Bub Boah, reicht das? Vier Stück noch Oh mein Gott, es reicht Es reicht Okay, wir haben genug Ich mache hier mal genug Platz Okay, ich muss es haben Ja Easy Sechs Minuten Wie wild Holy shit Wie schnell kann man denn bitte so viel Eisen fahren? In sechs Minuten 19 Ist ja überkrank WTF Ey, ich dachte nicht, dass es so schnell geht Dann machen wir jetzt noch einen Run Okay Und das Ziel ist es, jetzt meine Zeit zu schlagen Okay Das ist die Challenge in der Challenge Aber sechs Minuten 19 Ist doch Baba Kann man lassen Okay, wir machen noch einen Run Mal gucken Vielleicht brauchen wir sogar noch einen mehr Mal gucken Okay Okay, Freunde Dritter Junge What the fuck Ähm Ja, es geht los Wie gesagt, Freunde Meine Zeit gilt es zu schlagen Okay So als Secret Hidden Challenge Sechs Minuten 19 Okay Jetzt ist es hier natürlich schwerer Weil hier kein Fichtenbiom Obwohl, da hinten ist ein Fichtending Aber da ist kein Fichtenwaldbiom Okay, das ist doch nicht so schwer Ich habe nämlich auch überlegt In die Savanne zu gehen Aber Das Sasuke Das hast du nicht gemacht Also Er hat die gedroppt Ehre Mann Gönn doch King Ich hätte ihn sowieso weggebannt und hätte mir einen Kürbis gegeben Ne, ich wollte eigentlich hier hingehen wegen einem Dorf Ich wollte hier hingehen wegen einem Dorf Weil in so Savannendörfern sind doch oft Kürbisse oder nicht Deswegen bin ich hier eigentlich hergegangen Ich habe die gar nicht gesehen Aber gut Jetzt müssen wir nur noch Holz Höhle Und zack Das könnte wirklich eine neue Bestzeit sein WCF Das ist übergut Mal gucken Wir grinden Was ist für eine Skaft-Höhle Hier ist legit nur Kohle an den Wänden Kein einziges Eis Ich habe nicht ein Eisen Nicht eins Hier ist überall Kohle Ah, irgendwo ein Eisen Habe es gefunden Okay, wir Ich sage gar nichts mehr Scheiße, scheiße, scheiße Die Höhle ist hier zu Ende Und ich habe safe nicht genug Eisen Also safe call nicht Ich habe X-Ray Aber das wird auch nicht reichen Ich glaube, das wird auch nicht reichen Retalk ist zu wenig Eisen hier in der Höhle Das reicht nicht Ne, es reicht auf gar keinen Fall Das reicht 0,0 gar nicht So, Kürbis haben wir Okay, ich habe eine Strat Wir bauen ab Moin, Alex, was geht? Und gehen woanders hin? Krankes Strat, oder? Da werdet ihr jetzt nicht drauf gekommen Wir gehen full risk Wir bauen uns runter Und ich glaube, unsere Zeit Können wir gar nicht mehr knacken Acht Eisen fehlen uns Eine Quelle würde reichen, theoretisch Nein, das ist keine Achterquelle Noch eine, gönn Das ist ein Witz Ne, haben wir nicht Aber ich glaube, wir haben es trotzdem, oder? Ich glaube, wir haben es trotzdem Wir bauen hier mal einen Raum Wo wir den aufstellen können Und dann gucken wir Das ist doch ein Witz Ich war kurz Ich habe schon zwei Eisen hingestellt Am Ofen brennt Gott nach Ach, also, ey, also Mann Was soll das denn jetzt? Ja, komm Hier dieser Rotzgule Scheiß drauf Egal Warte, war es meine Bestzeit? Nee Nee, nee, nee Er hat es nicht geschafft Er hat es nicht geschafft Okay Aber wir machen noch einen Try Es macht echt Spaß irgendwie Es macht echt Spaß Einfach ein Eisengulium zu bauen Es macht wirklich Spaß Okay Ich würde sagen Letzter und finaler Try Let's go Wir haben gerade Beziehungsweise ich habe einfach beschlossen Dass es nicht der letzte Run ist Wir machen noch zwei Den hier und noch einen Denn eventuell ist es doch machbar Meine Zeit von 6, 19 zu schlagen Wir fangen direkt an Wir schnacken nicht lang Es hat sich gereimt Und du bist mein Feind Nee, ihr seid nicht mein Feind Ihr seid actually meine Freunde Smile Nee, wir machen jetzt Das gleiche noch mal Wir brauchen halt einen Kürbis Ich weiß nicht, was schlauer ist Erst Eisen, dann Kürbis Oder Kürbis, dann Eisen Weil jetzt, glaube ich, sieht es gerade ganz schlecht aus Mit dem Kürbis Weil jetzt gönnt es Biom nämlich gerade gar nicht Ja, wir laufen jetzt einfach mal lang Wenn wir eine nice Höhle finden Gehen wir da rein Wenn nicht Dann halt nicht Dann haben wir eh verloren Perfekt Okay, wir haben perfekt genug Eisen Und uns fehlt nur noch jetzt ein Kürbis Wo bin ich hergekommen? Ja, ich glaube hier Wir müssen jetzt nur noch Wir müssen nur hoch Einen Kürbis holen Und dann haben wir es Und ich hoffe, dass keiner jetzt finisht Wir sind eh schon wieder Also wir sind über unsere Zeit Die wir hatten Das ist sowieso schon vergessen Aber ich will Ey, wenn wir Glück haben Retalk, wenn wir Glück haben Schaffen wir es Wir brauchen nur einen Kürbis Nur einen Kürbis da finden Und dann haben wir es Oh mein Gott, wer das Baba Dann hätte ich zweimal meine Challenge gewonnen Krank Das wäre krank Mann Warte, ich tp mich noch nicht Wo war hier der nächste Kürbis? Ich wäre letztlich vorbeigelaufen, ne? Ich wäre Reto vorbeigelaufen Die hätte ich nicht gesehen Wo war ich denn? War ich hier? Ich war hier, ne? Ja, ich wäre Ich wäre vorbeigerannt Ja, scheiß drauf Komm, also Ja, komm, wir gucken uns den scheiß Golem noch an Ja, hier Super siehst du aus Warte mal Retalk Ein Eisengolem Beschreibt mich echt gut Retalk, ich glaube Ich habe die gleiche Einstellung Wie ein Eisengolem An sich juckt mich nicht Was alle anderen machen Okay, es juckt mich einfach nicht Ich gehe auch immer so dahin Und gucke so blöd Aber wenn mich jemand nervt Dann bockse ich den auch tot So, wir heilen den Gole hier noch Und machen jetzt Den letzten Finalen Try Okay Final letzter Try Würde ich sagen Diesmal wirklich Wir fangen an Bup, bup, bup Bestzeit von 6,19 Was by the way meine ist Gilt es zu schlagen Immer noch Ich glaube wir schaffen es nicht Ich glaube ich bin einfach zu gut Ne, wir machen wieder den gleichen Ihr wisst eh Also mittlerweile ist schon Routine geworden Ich bin aber der Beste Ne, aber mittlerweile Ich glaube ihr wisst was Wir machen, was machen wir Ich farm einfach meinen Eisen Und meinen Kürbis Okay Ich labere euch nicht zu Wir machen einfach Und ich mache jetzt auch Meine Bestzeit noch besser Schaut zu und lernt Okay Jungs Der Run ist komplett RIP Ich bin in irgendeiner Höhle Keine Ahnung Komplett lost Ich habe mich hier rumgegraben Ich habe nur 21 Eisen Dann war nichts mehr in der Höhle Und es ist komplett lost Und ich musste hier rumgraben Und eine neue Höhle suchen Der Run ist Der ist vorbei Ich kann nicht erster werden Der Run Ist der größte Scuffed Run Retalk Der ist so scuffed Oh man Ja, vielleicht finden wir ja noch eine Höhle Und dann kommen wir hoch Aber ich glaube nicht Dass wir es schaffen Den Run Retalk nicht Ja Komm, scheiß drauf Egal Sei ihm gegönnt Okay, sei ihm gegönnt Der Eisengolem Okay, sei ihm wirklich gegönnt Aber die beste Zeit Sei natürlich mir gegönnt Ne, aber war wild Wilde Zeiten Ja, war wild War meine jetzt Letztendlich Ich weiß gar nicht Ob meine die beste Zeit Die wir in dem Try Und generell in der Challenge hatten Ich weiß nicht Ich denke aber schon Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich gehe einfach mal davon aus Aber war eine wilde Challenge Jungs War wild Retalk War wild Freunde, wenn euch das Video gefallen hat Könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen Okay Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben Mit einer Challenge Idee Falls ihr eine habt Okay, ganz wilde Nummer Ja, ihr könnt noch Ja, ein Like da lassen Auch kostenlos abonnieren Plus Ihr könnt auch dem Discord joinen Und in den Discord Eine Challenge Idee reinschreiben Falls ihr da auch eine coole Challenge Idee seht Könnt ihr die auch abvoten Und so Bup, bup Ihr wisst Ihr wisst Bescheid Und ihr könnt natürlich auch Bei meinen Streams vorbeischauen Link in der Beschreibung In dem Sinne, Freunde Danke fürs Einschalten Danke fürs Video Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und wir sehen uns beim nächsten Mal Peace Outro